Ich glaube, ich habe mir mit dem Pinguin, glaube ich, etwas verschätzt. Yo, ich habe schon wieder einen, ich habe nicht viel zu was, ich habe schon. Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu Let's Play The Wolf mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingestellt habt. Mit dabei ist Black Cat Wolf, hallo Black Cat Wolf, lol. Ach du Scheiße, lol, Alter, wir sind einfach mittlerweile 20 Leute, was geht hier ab? Ja, habe ich auch schon gesehen, der Dings, der Clan füllt sich. Einmal kurze Frage. Oh, Hawk hat geschrieben, hi, are you German? Lol, hä, alles klar, wir müssen aber eigentlich mal kurz gucken hier. Oh Gott, jetzt bin ich halt, jetzt müssen wir mal gucken hier. Das sind eigentlich alles nur Mitglieder. Aber gut, ne, wenn dieser Hawk German ist, dann... Ja, er ist Deutscher, er ist Deutscher, Junge, er ist Deutscher. Ja, er hat Deutsch geschrieben. Natürlich ist er Deutscher. Den müssen wir einladen, theoretisch. Egal, Leute, wie ihr seht, wir sind gut dabei. Unser Camp, wir haben einfach 100, 2000 Punkte mittlerweile, wenn es so weitergeht. So, und ich auch, Leute, so. Egal, gehen wir ins Game rein, ich habe noch ein paar Missionen zu erfüllen. Also, gehen wir mal in die Tundra, ich bin ja mittlerweile Stufe 27, Leute, ich habe ein bisschen off-game gespielt, weil ich mich jetzt auch dadurch... Wir haben ja ursprünglich das eher just for fun mit diesem Rudel gemacht und dachten, hey, vielleicht werden wir noch mehr Leute zum Aufnehmen haben. Aber mittlerweile sind wir ein öffentliches Rudel, wo auch Leute beitreten können und wir sind eigentlich grundsätzlich online, entweder ich oder Black Cat. Wir könnten ja dann mal einfach mal fragen, wer Lust auf... Kann man in den Chat seinen Discord-Link reinkopieren? Wenn ja, dann könnten wir mal fragen, wer Bock hat, in den Discord später zu kommen. Ja, aber Achtung, die sind Englisch. Viele von denen sind Englisch, ne? Also... Ja, und? Das stört mich nicht. Wir können auch gerne Engländer haben, solange die sich an die Chat-Trainien halten. Ja, aber kannst du Englisch, kannst du Spanisch, kannst du Französisch, denn das wird uns erwarten dann, ne? Das wollte ich mal kurz nur erwähnen. Die haben... Also, wenn die im Chat schreiben, dann bitte... Dann werde ich denen sagen, dass sie Englisch schreiben sollen. Weil wenn die Spanisch schreiben, dann werde ich da auch was gegen sagen. Ja, das ist halt... Übrigens, ich habe mittlerweile, Leute, ihr könnt ja mal reingucken, ich habe mittlerweile von meinen sechs Ausrüstungsgegenständen habe ich fünf epische. Also, ne, fünf seltene, glaube ich, oder? Ja, fünf seltene, ich habe tatsächlich... Da bin ich ein bisschen noch im Nachteil gegenüber Luca. Ich habe tatsächlich nur vier, äh, epische, äh, epische, genau, seltene Teile. Dafür habe ich aber mittlerweile eine Kampfkraft von 31.000, also da bin ich ein bisschen weit fortgeschritten. So, ich verkaufe jetzt mal übrigens einen epischen Gegenstand, weil den habe ich halt, äh, der ist schwächer als der, den ich habe. Ich verkaufe jetzt die alle mal hier. Äh, ich mache das tatsächlich so, dass ich die epischen, äh, abgebe, also zerlege und dass ich die normalen verkaufe. Ich verkaufe eigentlich alles, weil ich habe genug Materialien. Weißt du, wie viele Münzen ich habe? Wie viel? 55.000. Ja, los, bitte. Und mein Schrein ist mittlerweile auf Stufe 4 aufgewertet worden. Außerdem habe ich das letzte Event, Leute, wir hatten, das letzte Event war ja so ein Jagd-Event, ich habe das letzte Jagd-Event als erster Platz gewonnen. Kommst du nicht rein? Ja, Fragezeichen. Doch, ich bin drin. Hä, ich bin drin? Bin ich nicht bei dir drin? Nö. Okay. Warte mal kurz, ich lade dich mal, ich lade dich mal einfach ein. Komm mal, komm mal her. Der Raum ist voll. Nö. Doch, jetzt aber. Ah, Leute, ey. Wir sehen uns sofort wieder. Vielleicht möchtest du ja ihren Rudel verlassen und am neuen Weitreten? Hatten wir tatsächlich gemacht, wir haben da welche drin gehabt. Black Cat ist am Start, Leute, ist wunderbar, Wu. Wie gesagt, let's go, ich muss Lemminge jagen, ne, das ist wichtig für mich. Aber erst mal töten wir den Hermelin hier. Ich habe meine täglichen tatsächlich schon fertig. Oh, man, mir hat die, mir hat, sie hat, sie hat mir geschrieben. Ja, also, ich antworte jetzt auch da drauf zwischendurch einfach, Leute, wenn ich die Zeit habe. Ähm, aber weißt du, was ich brauche? Ich brauche halt, ist das so, äh, ich habe gestern, äh, off-game, das war so krass, ehrlich. Ich habe mit, ich habe gegen einen, äh, König-Zinguin-Champion gekämpft. Alter, weißt du, wie krass die Dinger sind? Die Dinger machen ja mal übelst viel Schaden. Ja, geht so. Außen habe ich eine neue Fähigkeit. Und zwar... Ja, meine Fähigkeit nimmt es schon wieder. Und zwar den Blitzschlag, also diesen, diesen Stromschlag. Das ist meine bevorzugte Fähigkeit. Außerdem lege ich jetzt auch Fallen, weil ich möchte alle Fähigkeiten nutzen. Und, äh, ja. Blitz habe ich auch. Blitz, Blitz kämpfe ich auch. Ich kämpfe mit Blitz und mit, genau, mit Lebensregeneration arbeite ich jetzt. Tatsächlich. Lebensregeneration habe ich auch. Ich habe Blitz, ich habe dieses Langsamkeit, äh, ich habe Sumpf. Äh, damit mache ich meine... Leul, ich wurde von Wolf Lord 2 ins Rudel eingeladen. Ich wurde von einem anderen... Jemand hat versucht, mich abzuwerben. Amtgast auf 31.000. Hat der eine Freundschaft auf 31.000? Jo, ich wurde auch... ...einig eingeladen. Momentan sind wir die einzigen, die online sind. Ja, Kati ist, Kati ist deutsch. Die ist deutsch, geil. Die ist deutsch. Ja. Kati? Ja, die, die heißen Nice. Kati hat mich auch. Kati hat mir auch eine FA geschickt. Also, wir nehmen natürlich jetzt auf, Leute. Ich werde alles andere immer dann off-game schreiben. Wenn ich zwischendurch mal schreibe, gehe ich dann off-game dafür. Aber keine Sorge. Wir werden uns heute noch dran kümmern. Wir haben ja fast Stufe 30. Dann können wir ja auch in die nächste Welt rein. In meinem Rudel wird deutsch gesprochen. Ja, gut, Leute. Das schreibe ich immer noch mal rein. In meinem wird nämlich auch deutsch gesprochen. Sie kommt aus Hamburg einfach. Okay, Leute. Black Cat, was steht denn für dich an? Für B steht tatsächlich, ich habe in der Tundra nur noch eine einzige Aufgabe. Und zwar muss ich drei Champions töten. Die müssen Champions finden, Luca. Oh, was ist Lieder? Ach, Leute, ist ja. Oh, hier sind fünf Lemminge. Bam! Jawohl! Nice! Oh mein Gott, ich habe ein Scheibchen. Ich habe ein Scheibchen. Oh, fuck. Den muss ich bekommen. Den muss ich bekommen. Nein, da will mir jemand meinen Champion klauen. Was? Junge. Ich wäre gerade beinahe von einem Lukas gestorben. Eisbär. Ja, ich kill den Eisbär hier ganz in Ruhe. Nein, ich habe das Ding noch einmal bekommen. Ich habe zweimal hintereinander einen epischen Gegenstand gekriegt. Äh, einen seltenen. Ich habe zwei von vier Champions getötet. Nice. Ich lege mich mit einer Gruppe Pinguine an. Nee, sogar Königspinguine. Okay. Du bist gerade von hinten attackiert. Ja, geh nur auf mich, du Zimmer. Oh, ich glaube, ich habe mir mit dem Pinguine, habe ich mich, glaube ich, etwas verschätzt. Yo, ich habe schon wieder einen, ich habe einen 4-4-Champion. Ja, in der Tat. Ach ja, by the way, Leute, wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert, aktiviert die Glocke. So verpasst ihr keine weiteren Videos. Dann lasst mich in Ruhe, verpiss dich. Ah. Problem ist, dass die Viefrasse so eine Betäubung einsetzt. Ich muss mal kurz mich heilen. Ich biete ihr mal Discord an, dieser Kettie. Vielleicht hat die ja Interesse. So, den Eisbären muss ich nämlich erledigen. Das ist eine gute Mission für mich. Ich habe drei von vier Schenzen. Ich habe gleich alle meine Schenzen. Oh mein Gott, ich habe ja, ey, dass ich jetzt plötzlich, ich habe so Probleme die ganze Zeit, jetzt finde ich auf einmal zwei Schenzen. Ich soll alles klar, ich soll einfach zwölf Eisbären umbringen, als ob. Was ist Discord? Was ist Discord? Okay, die hat kein Discord. Sag ihr, das ist eine Plattform zum Chatten und zum Spielen. Ja, das ist einfach mal abwerben, Leute. Aber das wäre mitten in der Folge. Ich habe einen Eisbären. Ist das ein Champion? Wenn das ein Champion ist, ich... Okay, nee, ich dachte... Ich hätte gesagt, sind's heulich für Freude. Aber leider nicht. Mann, ist hier irgendwer von euch ein Champion? Ist hier irgendwer von euch Deutsch? Ja, komm mal an. Tricks einfach. Ich brauche einen Lemming noch, dann habe ich die Mission erfüllt. Grizzly Bear tötet Black Cat. Was ein schöner Anblick. Das Ding ist, dieser dumme Bär ist nur auf mich gegangen. Der will, der hat die anderen voll ignoriert. Die wird stöhnen hier das mal. Schön. Oh, ein Blau... Ich glaube, ist das ein Blaureier? Ja, es ist ein Blaureier. Ein Blaubeer? Nein, nicht Blaubeer. Also, Blaubeeren wären auch cool, aber... Oh, Mann, du sagst, hier ist ein Blaubeer. Ein Blaureier muss mich noch ermorden. Das kriegen wir aber hin, denke ich. Oh mein Gott, ich habe Blaubeeren gefunden. Hier sind zwei Eisbären. Wow, das wollte keine Schäden hier ins Nennlast nicht noch. Oh mein Gott, jetzt wurde ich in den Kampf und da wurde ich verletzt. Einer Eisbären ist tot. Mann, ich wollte gar nicht kämpfen. Ja, Alfa hat um Hilfe gerufen, aber ich werde nicht genug des Alfas folgen gerade. Geschonnen, Wolf. Ja, es ist ein Champion. Oh mein Gott. Nein, fuck, es ist ein Walross. Hey, what the fuck? So mächtig? Nein, das ist ein Punkt. Scheiße, ich hoffe, dass ich die Punkte raf... Nein, ich bin weggepillt. Lass mich hin, lass mich hin. Ich muss die Punkte haben. Das ist meine Chance, die Aufgabe zu erfüllen. Hey, ich bin schon wieder down? Viel Schaden macht nicht schrecklich. Wow, also ich nehme einfach so viel Schaden, das ist unglaublich. Vor allem, weil ich gerade einfach überlege, ne? Ich überlege ja, ich muss ja darüber nachdenken, ich muss meine Mission gerade erfüllen. Irgendwie. Das heißt... Ja. Welche Mission habe ich denn? Töte einen Champion, töte 15 Lemminge. Sind täglich. Töte 5 Blaureiher, töte 4 Champions auf der Karte Wilde Tundra, töte 12 Eisbären, töte 8 Walross der Stufe 32+. Ja, also... Ja, von daher... Übertrieben die Aufgaben einfach. Ähm... Ja, Leute, und nebenbei, habt ihr gesehen, laden wir einfach Leute mal zum Discord ein. Das ist... Für mich ist das etwas ganz in Ordnung. Oh mein Gott, ich habe den Alaska echt so episch erledigt. Oh, 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 da geht's ab, da geht's ab. Da braucht einer Hilfe. Oh. Warum leuchtet seine Schrift? Seine Schrift leuchtet, das ist ja krass. Frage nicht, wie der 161 Punkte bekommen kann. Ich habe alle meine Quests erfüllt, ich habe gerade mal 104. Hier ist ein Champion, den ich ermorden muss. Ich glaube, der hat die Premium. Ich glaube, der hat die Premium. Bei Premium beschließt er nicht die anderen Aufgaben ab. Jawohl! Da habe ich meine eine tägliche Quest abgeschlossen. Jetzt killen wir noch einen Lemming, dann haben wir das auch abgeschlossen. Und so schön, das killen wir sogar zwei. Ja, ich muss nichts mehr machen auf dem Netz. Ja. Ich muss noch einen Blaureiher töten, noch einen Champion, noch neun Eisbären, acht Wahlrösser. Oh, das geht aber. Ich kann mich nicht im Off die ganze Zeit nach der Maie mitbewegen. Oh, das geht aber. Die kriege ich wohl, die kriege ich wohl tot. Das dauert ein bisschen, aber... Mein Gott. Na gut, Leute, dann machen wir uns auf den Weg und killen die alle mal. Jo, nee, das ist ein Tiger, Alter. Das ist ein Sibirische Tiger, ihr fickt euch, ihr könnt mich mal. Ja, alles klar. Ich glaube, ich werde durchgenommen von einem... Ich möchte... Okay. Dann danke für die Info. Ja. Ja, ich werde... Ja, ich werde gleich genommen, okay. Ist gut, Tom. Ist gut. Also, dieses scheiße gierische Tiger ohne Zeit. Ja, du stehst doch auf Katzen. Ja, aber nicht so... Nicht so groß, die Katzen. Ich mag ja ein kleiner Katzen. Oh Gott, ich werde einfach gleich... Nein, ich bitte, lass mich nicht jetzt durch ein Luchs sterben. Nein. Ich habe zu viel Leben verloren. Ich hatte zu viel Leben verloren, der Luchs war... Ich habe den Luchs gerade unterschätzt. Hier sind aber bestimmt noch mehr Tiere, die auf meiner Liste stehen. Wahlwasser sowieso, die müssen... Also, wir müssen... Ich möchte ja schon die Missionen so erfüllen hier, während ich hier so rumlaufe. Katja hat das Spiel verlassen. Okay. Okay. Schön, weitere Sachen bekommen. Das ist wunderbar, ey. Ach, Luchse. Ja. Ist ja gut, ist gut, ist gut. Alter, drei Luchse habe ich beinahe umgebracht. Und da sind meine nächsten zwei Walrösser, die ich jagen möchte. Ich habe gedacht, die Walrösser sind ein bisschen leichter. Äh, ein bisschen schwerer. Waren sie ja auch? Also, wo wir die ersten Male hier waren, waren sie ja auch relativ stark. Hier können wir, glaube ich, gar nichts mehr, Luca. Ja, aber bis wir die nächsten Tiere haben und dann... Ich habe schon gesehen, was auf der neuen Map ist. Ich musste ja schon mal auf die neue Map gehen. Ja, bitte nicht spoilern. Ja, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, ich weiß, was kommt. Ich weiß, wer oder was kommt. Also, von der... So, das war's. Fünf von acht Walrössern habe ich ermordet. Ich brauche noch... Ermordet, ich habe sie getötet nur. Ich brauche auf jeden Fall noch ein paar weitere. Und jetzt nebenbei Schneegans, du bist die nächste. Ich brauche noch ein paar... Wir machen unsere... Ich werde heute auf jeden Fall auch alles noch hochladen, da bin ich ziemlich sicher. Okay. Wie viel von diesen Monden hast du eigentlich? 21, du? Ähm... Ich habe 52. Okay. Das ist, wenn du diese... Wenn du diese Jagd-Events gewinnst, da kriegst du halt dafür welche. Ach so, ja. Ich habe die bekommen in den Kisten teilweise. So, Eisbär, dein letztes Stündlein hat geschlagen. Boah, das wird sich noch ein bisschen hinziehen, bis wir die Mission alle erfüllt haben. Aber das wird noch einen kleinen Moment dauern. Da ist ein Varos. Oh, das sieht aber anders aus. Bitte sagen wir nicht, dass das ein Varos-Champion ist. Doch, das hat es aber noch gezählt. Dankeschön. Du kannst ja... Wo hat ein Kältehalsband daraus bekommen? Das ist natürlich auch geil. Da ist noch eines. Da sind sogar noch zwei. Das sind die letzten beiden Varos, die ich brauche, um zu gewinnen. Nein! No! Ich hatte nicht mehr viel Leben und wurde betäubt. Kann doch nicht sein, dass dieses eine Varos, dass ich deswegen jetzt noch mal alles absuchen muss, weil dieses eine Varos mich umgelegt hat. Blaureihe! Ja, aha! Als ob ich kein einzigen... Alter, nein! Was ist das? Und warum? Ich habe die Falle doch platziert. Was soll das? Mein Gott! Ist ja nichts zu fassen. Das ist doch... Jetzt aber. Alter! Das geht mir jetzt aber auf die Nerven. Einfach nichts bekommen. Einfach wirklich nichts bekommen aus dieser Map. Ah, Töte 8 Varos habe ich jetzt auch noch abgeschlossen. Oh, ich habe noch einen Mondstein bekommen. Ich brauche noch 12 Eisbären und 4 Champions muss ich noch töten, dann... Sind das deine täglichen Asperger? Meine wöchentlichen, die täglichen habe ich alle schon. Okay. Hoffentlich finden wir mal einen Champion. Das ist... Ich kann nichts sehen. Ich kann... Champions werden mir leider auch nicht direkt als Missionsziel angezeigt. Das heißt, ich kann nicht unterscheiden, ob er jetzt ein Champion ist oder nicht. Ja, ohne dass ich schaffe, aber ein bisschen. Das hasse ich auch in die Pests. Deswegen habe ich so lange gebraucht, um überhaupt Champions zu finden. Ich hatte Glück, dass hintereinander die ganze Zeit dann plötzlich bei mir Champions kamen. Oh, hallo, Sehle, Fahnd. Möchtest du ein Rendezvous mit mir haben? Möchtest du nicht? Tschüss. Oh, ich habe das nächste Level aber auch schon erreicht. Ich denke, beim nächsten... Also, wenn wir so weitermachen mit den Parts und alles danach jagen, sobald alles erfüllt ist, werden wir einfach nur noch... Äh... Zusammen... Werde ich nur noch jagen. Weil ich... Mache ich ja gerade sowieso schon. Ich jag mich ja gerade schon einmal ein bisschen hier durch. Diese Eisbären-Quest wird halt echt übelst lang werden. Wie viel musst du töten? Zwölf Stück. Ja, aber ich werde es sonst echt nicht. Und Eisbären sind auch relativ einfach zu töten. Ja, währenddessen kille ich gerade alles auf dem Weg hier. Ähm, vor allen Dingen, da ich auch jetzt gleich einmal dann... Äh, weil ich auch Gegenstände hier, ähm, hochbringen muss. Oh Gott, ein Rabe. Boah, bitte nicht. Raben sind absolut abfuck. Ich habe ein Champion, ich habe ein Champion. Komm zu mir, komm, ich komm bitte zu mir. Ich brauche deine Hilfe. Ja, geh weg, geh weg und halt dich erst mal zurück. Ja, ich warte gerade, du... Ne, du brauchst so zu mir. Das wird, glaube ich, das Letzte sein, was wir heute tun. Und zwar den Champion ermorden. Und damit gut uns gute Punkte reinsammeln. Und danach gucke ich mal, was diese Mondsteine denn wert ist. Denn wenn ich besondere Skins damit holen kann oder sowas, dann werde ich das natürlich für euch tun. Boah, Tom, du bist aber auch... Ich glaube, du brauchst irgendwie 1000 oder 2000 Mondsteine, damit du irgendwelches Ding damit klarerfahren kannst. Ich bin gleich da. Wo ist ein Champion und welches? Da vorne, ein echt Champion. 8000 Punkte. Ja, das ist so, das ist so. Alter! Ich bin hier rausgegabt. Jawohl! Ich habe irgendwie... Ich habe nicht überhaupt die XT bekommen. Doch, ich habe welche bekommen. So. Ich habe auch schon zwei. Ich denke an der Stelle... Oh, ich liege schon. Ich bin schon wieder am rumliegen. Oh Gott, du... Okay, du brauchst keine Hilfe. Dann gehe ich mal zum Start zurück. Dann beenden wir die Folge an der Stelle mal eben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein, macht's gut und tschüss. Tschüss. microbiEN Bis zum nächsten Mal.